Boost mich hier hoch. Also quasi die Wall unter mich, die Wall unter mich stellen. Kannst du jetzt schon mal, kannst du erst mal in die Runde losgehen, glaube ich. Ja, wird hier eh smoken. Ich hab's noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob's funktioniert. Oh mein Gott, das Alter. Neu. Ich hört Jungs. Niko, 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 mach mal Fragezeichen jetzt bitte. Hab ich schon. Das ist schon eine Ehre. Leute, meine Salzsorten aus 25 Ländern. Wollte ich gerade sagen, alle am Boden. Mein Müllberg ist umgefallen. Noch einer da. Noch einer. Ich komme gleich. Ah, haben wir, haben wir. Mit welcher Waffe schießt du gerade? Mit seiner. Ein Gekker übrig. Du hast ihn, du hast ihn gerade. Noch 10 Sekunden. Der ist so schlecht. Schon ein bisschen. Guck mal. Als ob er ihn so runter macht. Ich ist halt echt übelst gemein. Ich geh einfach den zu den, heute ist es nicht mehr. Heute geht nichts mehr. Noch 30 Sekunden. Letzt erlebendes Spiel. Oh, Schuhe oder? I don't fucking know man. Spike platziert. Manchmal ist er immer vorbei. Manchmal sollte man einfach schlafen gehen. Geht doch jetzt einfach schlafen. Ja, ich verpiss mich. Tschüss. Oh mein Gott. Ist das schlecht. Ich hab fast gegen Kerl. Also nicht böse. Aber ich hab fast gegen ihn verhängt. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Was? Jumpscare. Kurz drin. Kurz. Oh. An sich nice try. Ich hab mir einen No-Scope gefühlt. Ja, ich hab wieder im Laufen geschossen. Ich hab mich so erschrocken, als er mir vor das Bild gejumpt ist einfach. Ja. Ich kann euch, ich kann euch spot-eisen. Ja, ich war geöltet. Ja, ich war geöltet. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich war geöltet. Ja, ist gut, ist gut. Ich war geöltet. Ich bin da. Hä? Was hat der gemacht? Der wollte die Cam setzen. Ja, da will das. Nee, Tico jetzt nicht drauf. Tico jetzt nicht auf meinem Auspit. Nein. Bitte nicht, Tico. Nicht jetzt. Ganz schlecht gerade. Oh mein Gott. Du gehst runter, ich geh in die Window. Und seine Lache. Ich hab noch nie so ne laute Lache gehört, wie die, die ich gerade an der Henne lache gehört. Wie die, die ich jetzt gerade rausgehauen hab. Aber der war zu geil. Der war einfach zu geil. Ja, okay, ich hab die 199. Das ist okay. Junge, ich war grad einfach ein Papagei irgendwo aus dem Tropen, ey. Aber das war, der, der, wie er auch da steht. Nein, 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 das verlier ich jetzt nicht, Alter. Nein, nein, nein. Ich verliess nicht gegen Tico, Alter. Nein, das ist doch scheiße. Nein! Junge, stark, Junge. Jetzt zäh, zäh, gasen, gasen, gasen. Die Cam ist oben, ich kann die nicht kaputt machen, weil ich hab nur ne Shotgun. Links! Er ist links! Ach, den Gaspeak des Jahrhunderts. Geht durch, geht durch, geht durch, geht durch. Ah, ich... Hehehe. 2 Mann. Einer CT, einer Spot. CT Spot. Nein! Haps. Immer noch einer Spot. Der Spike ist in der Base, der Spike ist in der Base, Guys. Der Spike ist in der Base. Geht zurück Base. Bitte, geht einfach zurück Base. Ja. Run. Ich geb die ganze Zeit Venom One-Taps und von Kernos werd ich auch aimen. Was ist das? Hehehe. Makes no sense. Ne, lass uns spielen. Aha. Ach mann. Wir haben gespielt viele... Die können wir gegen solche Nohems verlieren. Alle Leute einfach mit Sniper so. Ja, ich hab einfach mit nichts was... Ich hab dumm... Oh Mann. Einer spielt nur mit Diegel. Wir haben eine spielt nur mit Scouts. Ich hab, ich hab legit nichts getroffen, außer mit Revolver. Ich hab... Nichts was... Und in mein Gesicht. Die kommen lieber... Sola, kannst du bitte einmal auf Leistung gehen und gucken, wie so dein Verhältnis zu Venom diese Runde aussah? Ja, warte. Venom ist 8. 8 zu 6, actually. Aber trotzdem, 8 kills. Bruno hat mich noch überholt, Alter. Waffe. Waffe. Kann man so schlecht aimen, Alter. Wirklich. Boah, wieder Venom. Oh, hinter uns. Oh, Alter. Oh, geil. Lol, Alter. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Sola. Ich werde nicht nachts rinsen. Sola. Geh weg, Venom. Geh weg. So nicht. Geh weg. Pfui. Macht man nicht. Hahaha. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Glaube ich dir nicht. Ne. Einer am Boden. Einer ist A lang. Wo sind sie? Diese Animation ist Kacke, Mann. Dass das aussieht, dass wir dennoch laufen. Geh weg. Keine Ladung. Wer will Bart mich eigentlich rollen? CT kommt. Ah. Oh, oh, oh. Die laufen aber auch rein, ne? Ne, ja, ja. Die haben auf mich geaimt. Was auf One Tap kommt. Komm hinter uns. Viert Normal kaputt. Es war's wentem. Bist close, blieb klaus. Wo, close? Rechts, link, rechts, kloss. Rechts, Kloss. Wirklich. Ich roll sie ruhig. Lise, ich roll die Runde. Ich muss so nachladen, du Mixer. Safe, er hat ihn angestochen dafür. Das ist wirklich so. Wunderbar. Du nice ihn jetzt. Nive ihn jetzt. Stech ihn ab. Fünf stopgifts in den Knives. Ab wie die Kehle mit dem Messer. Einen um. Ich habe gerade umgedreht. Darf ich mich nicht mal um? Du hast ihn wieder weggedrückt. Ja. Set einer. Strahle Mann. Die rennen dir einfach in die Flinte rein. Da kommt der nächste. Aua, drei One-Tips, glaube ich. Das war ein böses Schatz. Nein, nein, insgesamt. Das sind so Dinge, die lassen wir uns ausgesprochen. Zwischenzeitlich habe ich übrigens mit dieser Melodie gearbeitet. Habe Schwarz-Weiß-Bild mit Regen gehabt. Weil es ging einfach. Aber ich habe niemanden gehittet außer dich. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017